Parshva Ardha Siddhasana ist die Seitbeuger aus der Ardha Siddhasana Stellung. Nimm die Ardha Siddhasana Stellung ein, stütze dich ab mit einer Hand, gib die anderen Arm am Ohr und dehne dich zur Seite. Eine Alternative wäre auch noch die Hände falten über den Kopf und mal nach rechts und mal nach links gehen. Das sind schöne Bewegungen vor oder nach der Meditation oder auch zwischen zwei Meditationssitzungen, um den Körper zu entspannen und auch die Zwischenwirbelgelenke flexibler zu machen.